Musik Hier in der Plantage von Mittelamerika wachsen Chiquita-Bananen, die Sie so günstig und bequem im nähen Kohlbladen einkaufen können. Das Ernten von Chiquita-Bananen passiert genau beim richtigen Reifegrad, und zwar sorgfältig und schonend. Die Sonnen-Bananen-Büschel ist bis zu 40 kg schwer, und schon schweben sie frei und sicher vor Beschädigung an dieser Seilbahn in die Packstation. Da werden die Bananen sorgfältig vom Stamm geschnitten und im Wasser gewaschen und gekühlt. Und immer wieder Qualitätskontrolle. Die Farbe, der Durchmesser, die Länge und die Temperatur müssen bei einer Chiquita genau stimmen. In der Schweiz übernehmen die speziell klimatisierten Frischproduktlastzeuge von Coop die schnelle Verteilung in die 1'400 Kohlbläden. Und morgen, über morgen und am Samstag gibt es Chiquita-BiCoop zum Hitaktionspreis. Zum Baden und Duschen finden Sie bei Coop eine grosse Auswahl von den bekanntesten Markenprodukten zu günstigen Preisen. Und bis am nächsten Dienstag gibt es den Roll-On-Mum Blau für nur 2.50 Franken, den Back Deo Spray für nur 4.25 Franken und den Deo Stick Bag für nur 2.60 Franken. Ein Beutel Zweifelpommeschips, Paprika oder Provençal nur 1.95 Franken. 2 x 500 Gramm Galahörnli statt 2.90 Franken, nur 2 Franken. Ein Kilo ausländisches Boulet, tiefgekühlt und Pfannenfertig nur 4.10 Franken. Und nur morgen, über morgen und am Samstag ein Liter Coop-Apfelsprudel gespritzt, statt 90 Krabben nur 70 Krabben. Ein Kilo Chiquita-Banane für nur 1.50 Franken. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.